Kreativtage für Frühling und Ostersachen In diesem Kurs machen wir wunderbare Sachen auf den Frühling und auf den Ostern. Selbstverständlich gestalten wir ein Osternest. Oder Sie können auch ein wunderbares Frühlingsbild machen. Auch aus Papier und Perlen und verschiedensten Materialien können Sie schöne Frühlingsblumen herstellen oder auch einen Schlüsselanhänger zum Beispiel. Und noch vieles mehr. Gern gestalten mit verschiedenen Materialien. Dann melden Sie sich doch sofort an.